Und ein Moinzen zu den Stichpunkten nach dem Spiel gegen Augsburg. Klar, ein paar Tage später jetzt mittlerweile, aber so viel zum Spiel selbst gibt es eh nicht zu sagen. Ticketverkäufe, wir hatten da jetzt echt einen krassen Verkauf im Halbfinal vom Pokal erstmal. 40.000 bis 50.000 waren in der Warteschlange, noch nie sowas erlebt beim VfB. Auch die Frankfurter Mitglieder wurden, oder Frankfurter wurden Mitglieder, so rum. Auch ganz wilde Aktionen, um da eben an Karten zu kommen. Die haben sowieso, soweit ich es gesehen habe, eh schon Block 59 und 60 dazubekommen zum normalen Aussichtkontingent obendrauf. Da werden sicherlich einige mehr da sein, als es normal wäre. Aber jetzt eine Frankfurter Invasion würde ich das, glaube ich, nicht nennen. Auch diese ganzen bodenlosen Weiterverkäufe, Schwarzmarkt und so weiter. Aber ey, VfB ist schon mal einstelben abgegeben. Wichtig und richtig, dass sie dagegen vorgehen wollen. Wird ein absolut kranker Pokalabend, auch organisatorisch, auch für Leute, zum Beispiel mit der Bahn anreisen oder auch mit dem Auto anreisen. Beim selben Abend ist Pokal-Halbfinale, das Helene Fischer-Konzert, Handball-Bundesliga und der Wasen ist ja offen. Also völlig wild wird es. Krass war auch jetzt eben erst vor kurzem der Verkauf für das letzte Saisonspiel gegen Hoffenheim zu Hause. Vor allem auch preislich wild eben, weil die Tickets waren halt einfach in jeden Kategorien eigentlich mal 10, mal 5, mal 15 Euro teurer als die im Pokal. Weltklasse-Fans, muss wieder angesprochen werden. Unsere Fans einfach, ja wie man mal schaut, sind es 5.500 bis 6.000 Fans gewesen in Augsburg vom VfB. Brutal, war auch ein absolutes Heimspiel dort. Gegen Dortmund war es ja auch schon krass, klar auch wegen Spielverlauf, aber generell die Basis ist wieder komplett da. Der Zusammenhalt ist komplett da. Wir bieten schon mal den Anfangspunkt, um eben einen Funken überspringen zu lassen, wie man so schön sagt. Auf dem Platz dann ist auch jetzt schon unfassbare Vorfreude da aufs Pokalspiel. Es kann auch einfach zu krass werden an diesem Abend. Thema Hoffenheim aber auch, egal wie preislich abartig, es ist immer alles ausverkauft, heim wie auswärts. Und das ist und bleibt ein klarer Pluspunkt für uns im Kampf um den Nichtabstieg. Guter Spieltag, weil, ja klar, ein Sieg wäre noch geiler gewesen in Augsburg, aber da musst du erst mal punkten. Und der Spieltag lief halt sonst auch top. Am Ende ist es doch absolut ein Spieltagssieg für uns und dazu auch, so als VfB-Fansicht. Irgendwie habe ich es fast mir gefehlt, wenn er 1-0 gewonnen oder 2-1 gewonnen hat, Augsburg hätte safe irgendeiner von anderen Kandidaten und auch irgendwo ist random doch ein Sieg gefeiert. Braucht auch drei Punkte mitgenommen, also ich glaube, fast sogar besser so. Hoffenheim hat 1-3 gegen Töln verloren, damit bleiben die halt doch noch voll mit in der Verlosung. Bochum hat zu Hause in 1-5 gesetzt gegen Wolfsburg. Also auch hier, auch wichtig, minus 4-Tor-Verhältnis. Das ist ja eh tabellarisch auch ein Vorteil für uns. Ich glaube, minus 15 Toren aktuell und auch Hoffenheim sind, ich glaube, bei minus 11. Der Rest ist deutlich, deutlich schlechter, also ein Pluspunkt für uns. Die Hertha auch zu Hause bei Bremer Invasion, ein 2-4. Auch kein neuer Trainer-Effekt unter Dardai, auch wichtig für uns als Konkurrenz. Und dann auch noch Schalke 0-4 in Freiburg verloren. Einfach ein guter Spieltag. Guter Spieltag 2.0, Fragezeichen. Weil wenn alles gut läuft, kann noch nächster Spieltag geil werden und ein Spieltagssieg für uns bedeuten. Weil Bochum muss gegen Dortmund ran. Die wollen die Tabellenführung natürlich verteidigen. Ganz klare Geschichte. Hoffenheim muss in Leipzig ran. Klar, Leipzig schwächelt gerade ein bisschen, aber grundsätzlich sind die Heim stark. Augsburg in Frankfurt, da ein bisschen Gefahr da. Frankfurt auch nicht so gut drauf, aber man darf da schon ein bisschen auf Frankfurt hoffen. Augsburger eh mehr da minder raus aus dem Abschiebskampf fast. Schalke in einem absoluten Must-Win-Heimspiel, das ist ein Restprogramm von Schalke auch. Aber Bremen, auch in Berlin, abgeliefert beim Abschiebskandidaten oder Abschiebskampfkandidaten. Deswegen vielleicht auch da was für Bremen möglich. Und die Hertha muss nach München. Das ist normalerweise ein Bayern-Sieg. Wir dachten es auch beim 1-1 gegen Hoffenheim zu Hause für die Bayern. Normalerweise liefern sie da ab. Hoffentlich tun sie es auch da dann gegen Berlin. Also hoffentlich für uns im Abschiebskampf, nicht hoffentlich für die Bayern. Wir spielen es auch hier in Gladbach. Auch da definitiv ein Sieg drin. Heißt auch, wenn alles top läuft, gehst du da als einziger Klub raus mit einem Sieg an diesem Wochenende. Das wäre schon mal top. Das wäre ein guter Spieltag 2.0. Und interessant auch für das Restprogramm noch. Ein bisschen später erst, aber für das Restprogramm. Leverkusen durchs Weiterkommen ist genau zwischen den beiden Halbfinalspielen von Leverkusen Euroleague haben wir Leverkusen zu Hause in der Liga. Transfersommer. Wir schauen auf ein paar Geschichten, die schon fix sein sollen für den Sommer. Gab es von vielen Zeitungen, von allen Medien so ein bisschen Einschätzungen, gerade auch zu den Leihspielern. Also kurzer Schnelldurchlauf. Gerasi bleibt bei Klassenerhalt, bei Abstieg nicht. Fragezeichen hier ja weiterhin wegen Vertrag. Wie viel kostet er, wie lang geht er und so weiter. Thiago Tomas verlässt den VfB. Sanko soll nochmal verliehen werden, wenn er dann zurückkehrt. Fahir kommt wohl auch zurück. Der Leihklub zieht die Kaufoption nicht. Der bekommt wohl einen neuen Anlauf in der Vorbereitung auf die neue Saison. Massimo kehrt auch zurück. Dann aber ganz klar Abgangskandidat. Bei Mola genau dasselbe. Klimovic wird auch keine Zukunft haben beim VfB. Momo Sissé auch nicht. Doch der Bild ist ebenfalls fix, dass Kolibalis Vertrag nicht verlängert wird. Schalke hier weiter ein Interesse. Da haben wir schon seit zwei, drei Transfersfenstern Interesse an Tongs. Und die Bilder haben ebenfalls geschrieben, dass Dinos Mafropanos uns im Sommer auf jeden Fall verlassen will. Und in jedem Fall den Verein verlassen wird. Und dann war es das von diesen Stichpunkten nach dem Augsburg-Spiel. Morgen dann direkt auch schon der Vorbericht für Gladbach am Samstag wird wichtig. Und ich bin da sehr, sehr hoffnungsvoll auf jeden Fall. Gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen zu den Stichpunkten. Auch natürlich Like und Abo nicht vergessen. Ganz klar Geschichte. Bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ausgaben